Du fasst ihn nicht mehr an. Aber ich schon. Als Erbin meines Vaters Shao Kahn ordne ich, Melina Kahnum der Außenwelt, deine Hinrichtung an. Du enttäuschst mich. Ich habe ihn nicht mehr an, ich habe ihn nicht mehr an. Es wird heute eine Hinrichtung geben. Du wirst deinen Widerstand büßen, Melina. Dein Blut wird es besiegeln. Die Stufen hoch. Zum feurigen Rand. Was hat mein Imperator gesehen? Eine kleine Katze wurde zum Jaguar. Am Absetzpunkt teilen wir uns auf. Jackie und ich kommen von Süden. Ihr beide von Westen. Treffpunkt hier, am nördlichen Zugang. Dann was? Einfach abholen und raus? Ob er will oder nicht. Widerstand dürfte wahrscheinlicher sein, als ihr denkt. Keine Sorge. Sub-Zero wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Die vordere Verteidigung zieht sich auf euren Befehl hin zurück. Es wurde bestätigt. Vier Eindringlinge. Es ist Zeit, unsere Gäste zu unterhalten. Okay, ich geh voran. Du und Jin die Seite. Los! Bereit? Du, ich muss. Ihr seid hier nicht willkommen. Nennt eure Absicht. Großmeister. Ihr müsst mit uns kommen. Mein Name ist Sergeant... Du verlangst meine Zusammenarbeit. Aber du bist abgeschnitten. Umstellt. Was willst du tun? Mein Vater hat stets in den höchsten Tönen von euch gesprochen. Er will reden. Reden. Immer seine erste Wahl. Okay. Versuchen wir's mit Schlägen. Los! Halt! Cassandra Cage. Du führst diese Gruppe, aber sie spurt nicht. Was würde deine Mutter tun? Nicht rumtrödeln und euch umhauen. Komm hoch! Und jetzt runter! Was ist das? 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 Du bist deiner Mutter ähnlicher als du denkst. Deine Kräfte hätten dich warnen müssen, Takahashi Takeda. Zweifellos hat Kenshi dich gelehrt, sie zu nutzen. Mein Vater hat mir so einiges beigebracht. Sehen wir mal.